Was geht ab Leute, Zane ist wieder da, heute mit einem Kurzgedanken der mir gekommen ist und jetzt erst mal Intro ab. Und zwar haben wir in den letzten Kapiteln davon gehört, dass die Minks glauben es gäbe nur 5 Inseln auf der Welt. Hört sich erstmal banal an, aber wenn man genauer darüber nachdenkt ist es sogar logisch. Möglicherweise haben die Minks seit dem White Sensory von nichts anderem als 5 Inseln geredet. Und zwar von den 4 Inseln zu denen die Road Pony Glyphe deuten und Larvetail der letzten Insel. So könnte bei den Minks der Gedanke entstanden sein, dass es auf der Welt nur 5 Inseln gibt. War einfach nur ein kleiner fixer Gedanke, was haltet ihr von dieser Idee? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß auf Facefall TV, haut rein und ciao!